So, nochmal hier kurz mitnehmen, was nicht festgenagelt ist. Ich weiß, dass du gut sein kannst. Ich sammle die Spielkarten ein. Ja, Ende der Welttherapie. Okay, man kann sogar wieder spielen. Mensch, da hast du 3, 3, 4, 3, 5. Gut, dass du wenig im Weg stehst. Okay, das ist wie ein Infrarotlicht. Oh, Mann. Anfeuerverfolge Hier ist sogar einer reingegangen Nicht schlecht Jetzt haben wir ein kleines Badezimmer mit lustigen Fänzen in der Wand Oh Ich will immer nach zwei Abschlussstelle Da ist roter Nebel Diese Gedenktafel ist nützlich um unsere Position zu bestimmen Oder Brion? Oh, nimm mal mit Du hast deine Gedenktafel freigeschaltet Mittels Gedenktafel kannst du dir schnell über Redfall bewegen Drücke immer um deine Karte zu öffnen Auf dem karten Bildschirm kannst du dir freigeschalten Gedenktafel schnell reisen Ich habe jetzt einen zweiten Schnellreisepunkt Das ist schon mal so gut, dass das Spiel ruckelt Superclub schädlich wie er ist Ist mir aber egal, denn Und drüben Und drüben Ist die Abschlussstelle Ich muss jetzt hier rüber Wenns geht Natürlich Hierher hin Krusekelz Hierher hin Mein Name ist Krusekelz Ich spiele gerne und höre auf mein selbst gesetztes Dingsbums Vergesst dich zu abonnieren Deswegen rückt die Glocke Und freut euch Und ich gucke mir hier eins an, was hier Von uns auf mich wartet Wie ich da hinkomme Fahr runter Geht die automatisch weg, wenn ich die da hinkomme? So ziemlich Und jetzt gucke ich mal, ob ich hier irgendwie durch das Gebüsch da hinkomme Um Vampire zu erschießen Irgendwas hat gerade Aua gemacht Oh, der Fluss, den ich da gesehen habe, ist leer Da ist kein Wasser drin Äh, das rote Zeug sieht ungesund aus Äh, ja Entschuldigung Also ich weiß nicht, ich hätte ja irgendwie da geguckt, wo der Baumstamm ist, wo man rüber kann. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Remy! Tante! Tante! Es tut mir leid, dass du da hineingezogen wurdest. Das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Das war's. Es tut mir leid. Ich will nicht aus ihrer Geschichte zu hören, Boni zu... ...die Regeneration von Psy-Brenn-Rückständen zu erhalten. Und schauen, ob sich hier noch mehr Gegner oder Vampire oder irgendwas befinden, um sie zu zerstören. Hm. Hey, wir könnten deine Hilfe beim Aufbau einiger Unterschlüpfe gebrauchen. Ja? Ja? Je mehr Rückzugsorte es gibt, desto besser. Wir könnten von dort aus auch die Stadt von den Monstern und diesen verdammten Kulten zurückerobern. Meine Freunde haben an ein paar Orten schon vorgearbeitet. Die Höhle sieht fies aus. Hoffentlich sitzt da niemand fest. Wenn du einen siehst, schalte einfach den Strom ein und gib uns über Funk Bescheid. Oh mein. Sie können mich nicht stoppen, aber sie sollen's versuchen. So läuft das aber nicht! Hm. Alle erwischen, Divonne. Aber weiter komm ich hier nicht. So, was hat sie gesagt? Schalten einfach den Strom ein und ab den? Irgendwie das Boot erliegt. Ich guck dann hier einfach noch ein bisschen rum. Ich denke, das ist wieder hier irgendwie. Keine Gitarren. Shit. Okay. Ich behalte mich jetzt. Eigentlich habe ich erwartet, dass ich tot bin. Okay. 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 Okay, da muss ich also einen Schädel hinsetzen und mich irgendwie wegnehmen. Gut, wie komme ich denn jetzt hier wieder hoch? Warum ist hier noch so eine rote Schall? Ach Gott. Das ist ein Unterschlupf. Ich glaube, da wollte ich mich auch auf den nur vorbereiten. Okay. Gut. Vorarbeiten. Strom einschalten. Okay. Vorbereitet ist schon. Dann können wir Strom einschalten. Heute finde ich jemanden. Jemanden. Besonderen. Jemand. Geliebten. Jemanden. Jemanden. Schnell. Ach, hier. Ich bin so weit. 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 Wie enttäuscht. Ich bin so weit. Das ist so ein Heizfilz. Es fehlt mir für Judith Strom. Da gibt's keine Tür. Ja, ich weiß, ich muss dem Stromkabel folgen. Was wahrscheinlich hier reinführt. Was ich entweder hacken kann, oder? Hacken kann. Was bist du? Dragentor-Schloss. Alle haben Anlagen. Wo bin ich denen erstmal hin? Das kann ich dich nicht mehr hacken, aber dafür habe ich ja den Günther Elidrich. Auch den Schlüpfer-Generator. Und rein in den Unterschlupf. Hier ist Reverend Eva Crescente. Ist da jemand? Glückwunsch, du hast einen Unterschlupf freigeschaltet. Du kannst jetzt von überall aus dieser Karte zu schnell reisen. Die Bevölkerung von Redfall hinterlässt hier ab und zu kostenlose Heilmittel oder ein bisschen Munition für dich. Verwende den Projektorbildschirm, um Missionen auszuwählen, die das wirklich sicherer machen. Je mehr Missionen du abschließt, desto mehr Zusicherungs-Sourcen werden in diesem Unterschlupf freigeschaltet. Bitte melde. So viel Text. Hör dich klar und deutlich, Eva. Du hast deinen Unterschlupf gesichert? Gut. Es gäbe da noch mehr zu tun, wenn es nicht zu viel verlangt ist. Na klar. Meine Freunde haben ein paar Stellen ausgemacht, an denen du zuschlagen könntest. Jedes bisschen hilft gegen diese Monster. Und jetzt raus da und leg los. Gott sei mit dir. Ja. Und der Schlupf versionen. Bellwater Nachschub. Benutze den Bellwater Kommunikationslaser, um den Nachschub anzuwäldern. Mit klassischen Oberhead-Projektoren. Hatte ich dich schon gelesen? Bleib drinnen, versteck dich, du kannst niemanden trauen. Was habe ich denn überhaupt in meinem Inventar hier? Loadout-Fähigkeiten. Habe ich schon Fähigkeiten für Anleihen? Habe ich noch die Absturzstelle auf der Winze. Und wollte gucken, ob ich einen Inventar habe. Das heißt, entweder kommen die Sachen direkt hin oder ich habe die so lange im Rucksack, bis ich irgendwo hinkomme. Ich muss auf die andere Seite des Seen. Aber ich muss ja eh nochmal auf die Insel zurück, weil ich anscheinend den Punkt noch nicht gemacht habe. Und da war man überall in der Rote Kram. Und da war man überall in der Rote Kram. Vielen Dank.